Nessie in Loch Ness ist ein Tierwesen aus der Harry Potter Welt? Im Fantastische Tierwesen Buch sind alle magischen Tierwesen aufgelistet, so zum Beispiel auch das Kelpie. Dies ist ein Wasserdämon, welches in Britannien und Irland heimisch ist und verschiedene Gestalten annehmen kann. Im Buch wird erklärt, dass das größte Kelpie der Welt im schottischen Loch Ness Haus und sich bevorzugt als Seeschlange zeigt. Die internationalen Zauberer wussten natürlich sofort nach dem Aufruf der britannischen Muggelforscher, dass es keine echte Seeschlange war, sondern ein magisches Kelpie, das sich beim Annähern der Muggelforscher in einen Otter verwandelte und als diese wieder weg waren in eine Seeschlange.